Shana hat es viel einfacher zu mir Rechnungen verbuchen, wie der Philipp Rezidipo braucht. Wie viel einfacher das ist effektiv und wie viel Zeit das hier einspart, haben wir im Rahmen von unserem Praxisprojekt herausgefunden. Wir sind zu 15 Unternehmen vor Ort vorbei gegangen und haben ihre Krediturprozesse 1 zu 1 angeschaut. Gleichzeitig haben wir auch noch herausgefunden, wie man dem Philipp am besten helfen kann, damit auch er nicht mehr Essen mit seinem Papierkipps kennenlernen kann. Voten Sie jetzt für das Team Nr. 1 Abacus Research AG